was geht wir haben verloren und damit geht es ja auch schon los mit einer neuen ausgabe des berühmten let's play wie heißt hallo hallo so dann wollen wir doch mal hier an die sache rangehen natürlich es ist mittlerweile ein super ad mit champ also wir haben ja echt immer die pro pics einfach das ist einfach schon die meter von morgen sage ich einfach mal oder wie würdest du das bezeichnen okay dann habe ich das einfach mal ja wir gehen noch mal auf die bot lane wir haben einen kleinen troller am start der weiß nicht okay der weiß nicht was primates sind muss man nicht wissen wenn man gold ist kann man aber wissen denke ich wenn man dann auch sich ein bisschen mal mit dem spiel befasst hat und da auch entsprechend sich in diesem punkt weitergebildet hat ist aber bei ihm jetzt nicht unbedingt der fall und ja deswegen direkt mal ignoren so hat auch schon den perfekten namen für solche sachen aber lassen wir ihn mal spielen naja so mal kleiner als kleine rand information tatsächlich gleich fragt warum ich mit ihm mit dem neuen patch und wird ja ziemlich krass gebufft also mit dem neuen patch wenn ihr das seht ist ja nicht einmal aber da ist ja schon wird ja ziemlich krass gebufft und deswegen kann man ja mittlerweile damit spielen ja das haben sich auch alle gewundert glaube ich dass man mit hielt spielt hattest du überhaupt gezeigt ist ja aber gleich fällt zu einem pfeil wenn man das also ich sie gibt jetzt so als kleine informationen für die null und euch dies wahrscheinlich noch nicht wissen soll hier gibt jetzt immer noch nach hier gibt eine ein hier ein hier nein damit hätte das kann hier ausgenommen bei hier der gibt jetzt kein hier mehr und ja also ich habe wahrscheinlich sehr schlecht wieder aber das passt schon aber das kennt man ja aus dem letzten mit mir ist er von mir rap einfach wir haben vorhin das level ungefähr jetzt ich sehe es oh mein gott ich hase es nicht oh fuck meine klein kam irgendwie vollkommen echt what the fuck was das denn hä das war übelster brainlag ich war so richtig in trance ja als sie unter dem tower war ja so von den trance ich dachte irgendwie geneigt wir hook oder so ja klar ich glaube ich kann also da war ich echt ein bisschen hey grab die ich kann die nicht grab man ich stand vor dem tower nein du hure das wer nichts kann heißt man c punkt b punkt ha 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 ich predigte hier schon den flash ja ich hab eben prediktet ist direkt nach dem letzten spiel das ihr gesehen habt wenn ihr das hier vielleicht seht ihr das hier aber auch nicht weil chris anfängt zu tollen wie eigentlich jedes zweite spiel ja aber dann hören die auch gar nicht dass du sagst das ja genau jetzt nicht thrown nur weil wir mal ich will die ich will die killen nein wenn jemand kommt killen wir den auch noch aber da können wir trotzdem wo auch so mit jetzt naja die ist kann nix mehr jetzt grab die stell dich mal so in die zone mal ja ok das war der fall schuh fuck oh ich war in tower range oh gott dieser dieser christopher bürger wirklich also mit dem würde ich nicht mehr auf der stelle der ist echt der bärm nicht wirklich das ist echt eine qual dem zuzugucken das war das schlecht ey boah du hab ich geh jetzt ich stehe jetzt nur noch gleich am tower und mach gar nix mehr ok so geht es ja hier schon mal gar nicht du meinst die ganze zeit ja wir dürfen die ich geh jetzt hier hin oh ja magmoselle wir dürfen die konfrette baguette das hast du genau so war dein wort laut oh ich hatte wirklich noch mehr da hätte ich mich auch nicht üben müssen mademoiselle giselle es ist echt immer peinlich mit so einem 2 1 buschen zu spielen ich mein gut wenn man es nicht besser kann ja dann sehe ich das bitte an hat mir nach dem spiel noch mal aufgenommen welches an das comeback ne doch doch ja eben wukong ja danach also vorletztes spiel leute ja kann ich euch da an diesen einen duschneider der wirklich präzise gekehrt hat also das kann man zwar nicht aber er hat präzise gekehrt hör mal aus den zuerst nicht bekommen wollte jemand tipp geben für trash weil also ich habe ja mehr spiele als deswegen bin ich auch besser mit dem ja das passiert ja das ist ja klar natürlich natürlich ja also eine mathematische form mehr spiele gleich besser ja deswegen boah ich weiß woher du diese tolle mathematische formel hast ja aber bis jetzt nicht sagen weil ich fand weh ne der guckt ja unsere videos ja deswegen ja oh also vielen dank an sie ja wenn sie das hier guckt so was denn was ist denn jetzt der tipp den du mir gehen willst werft dem adk die laterne zu wenn der anrollt tja leute und jetzt natürlich die sache dass chris keine hooks trefft chris trefft gar keine hooks das ist voll schlicht report cc reporte okay wir werden jetzt hier versuchen ein bisschen pressure zu machen ja und natürlich haben wir keine ruhig wo ist die pinke bei minute sieben frage ich mich wo ist da die pinke christ soll ich mein ganzes geld investieren für eine ja jetzt wird die krebsie komm mann gehen jetzt gehen da greben soll man die war genau hinter den minuten geht zu der geht zu der ja okay sucht die nähe sucht die nähe meine ich doch nähe gesucht ich hab jetzt voll die nähe gesucht siehst du tot bam like i don't give it away elise 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 nein hast du gesehen dass sie dies ist was heißt nein dass sie nicht reinkommen sollen in mein zimmer die kill ach oder hat die aber echt luck gehabt ne ohne witz ich hab leider keine mana ich hab auch keine mana alter wie behindert war das denn ich hab leider nicht mehr level abbekommen ah das war bitter ey hätte ich mana gehabt hätten wir zwei kills geholt ja hätte ich mana gehabt hätte ich auch zwei kills geholt du auch echt dann hätten wir vier geholt oder ja ja nach der mathematischen formel ja auch ich mute mich ich weiß es nicht jetzt ich bin mute doch nicht ne hä so macht man das ja man sagt immer ich mute mich und dann ähm ich glaub den inside einfach volle kanone ins mikro ich glaube diesen insider hier versteht doch keiner lass mal weg ja die alten viewer von äh äh da hat das keiner verstanden das kann natürlich sein das kann natürlich sein ich glaube Leute ja war das bei dir Chris war das bei dir oder war das bei Daniel ne es war bei einem Daniel ohne Schasse da haben sich zwei Leute geportet ne ja so Daniel greift den rechts an der kommt in der letzten Millisekunde weg Daniel greift den daneben an kommt der auch nur weg ah wie geil ne 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 wir haben jetzt null AP wirklich der S baut AP ich glaube ane neu der hat nen Kill geholt noop hat der schon ab 2 ne der hat immer noch ein und 61 CS ja geil ey da bauen die einfach nur Armor Items so ich carry weil das schön ist sobald die über 300 Rüstung haben also ab 300 Rüstung ist eigentlich also wenn man mehr ok wenn man mehr als 300 Rüstung hat oder wenn man 300 Rüstung hat ist das eigentlich schlechter Alter wieso hattet ihr den Stun auf Tibbers ich dachte hat die mich nicht grad davor gestunt keine Ahnung da habe ich nicht so drauf gedacht oooooh alter what the fuck is happening hier in dieses Wohlberg boah die Phosphorbombe von dem hat mich richtig gedütet gedütet? ja ja ich bin natürlich hier als Corki Pro natürlich auch beware from these things fuck you bitch hast gesehen was ich gemacht hab war voll gut werfen die Laterne werfen die Laterne ich hab keine ich muss mich grad shielden alter was nub hab ich dich hab ich dich hast grad gesehen ey warum der so low war ich hab den in den Tower gegrabt da musste er schon Barriere machen und äh sein W hab ich mit meinem E unterbrochen hm stolz du bist so gut danke warum das weiß ich ja warum warum frag ich dich überhaupt ob ich gut bin ja ich bin einfach gut du hast mich nicht gefuckt ich weiß die walds haben ja karim stand doch da die ganze zeit keine bescheid macht gar keinen sinn hier ist auch ein new let's play was a close one das war doch ganz knapp war doch von anfang an gewonnen hast du etwa meine seite geliked ich bin da draufgegangen nein du hast du gleich bin da draufgegangen war es der erste leiker ich weiß das da dachte ich schon so what the fuck warum hat die schon einer gleich dann habe ich erst gesehen dass du das warst und dann dachte ich mir so scheiße da kommen kann ja direkt wieder unternehmen jetzt bringt ja das genau so war es ich habe immer noch kein alter wie schlecht ich habe ich habe ja fack war direkt mal hier den farm einblenden der ist denn da annie ist da cool oder hier bin ich finde das echt koral also wirklich also das recht koral ist der sache die menschen will mich waren schocken die stehen also steht da noch perfekt die hat jetzt gar kein stand für die nächsten vier spät das ist jetzt echt optimal ja aber ich habe eben schon gemisst er ist da das macht mich jetzt echt ein bisschen traut gd evangelium boah wie viel damage er drückt go s go s weil er da die vision verloren hat er hat ja keine mahne meinst du hast du ja gesagt eigentlich ja das meine ich habe mit vision verlieren heißt ja eigentlich habe ich habe die eigentlich unterbrochen oder die evangelium läuft nicht so ne warum habe ich eigentlich diesen einen kill da eben bekommen durch die ulti oder was ich glaube schon Gucken wir mal was der pantheon hier macht naso ist 174 fahr naja ganz annehmbar was der pantheon dann so spielt hat ihn auch schon zweimal ne also schon zweimal gestorben glaubt der pantheon ist nicht mehr wieso der ist jetzt fast in fünf weil letztes diesen anderen verspricht ich denke das einfach guter spieler hat einfach mal neu angefangen mit lol weil dot ein bisschen war ja hatte ich doch ich bin ich bin cool ich kann dem thrash hier deutschen ich bin ja einst dann ich bin der thrash ich werde so krass geprogt dass ich backfuss oh ne echt hat ihn es dann ich bin der duschen ich habe angst vor stanz genau so sieht es aus ok jetzt hat die tibber stun das heißt jetzt gleich kommt der flash von der oh pass auf ich glaube da war jemand in sehs bush ich bin mir aber nicht sicher er versuchte mir also voll out of position zu kämpfen dann flashe ich mich aus der ulti von der aus ja die one shot strapped line ja war klar dass sie mich jetzt können kommt so wie ich ich hätte hier können frau marsch ich glaube dann wäre ich trotzdem gestorben weil durch die distanz die ich dann zu dir gegangen wäre ja ich weiß hätte ich viel zu viel damage bekommen du wärst so oder so geschamen also deswegen ja du warst ziemlich schlecht nee ich fand das nicht so ich wäre mal dafür gewesen dass du dir den kill holst aber ja ich kriege keine kills ja weil du zu schlecht bist das ist mein normaler das ist mein ad auch hier ist ein gegner oder ja 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 nee lies das mittel nase ist top on set da ok dann ist es gut ne die alle an meinem hauschen wort steht da immer noch wenn ich finde schon nicht schlecht Oh, da werdet ihr was zu raunen, oh da ist ein oh, da ist ein tp Hinter euch hier ein tp Fuck, setz auch da Oh gut Haut her Fuck, ey Okay, gut wenigstens Alter, kann der pushen Ich kann auf jeden Fall defen Ey, versuch den mal zu graben bitte Ich will den blue buff Anni ist Mitte Du machst jetzt ein flash e hook ulti chamber bamba Elise ist da Okay, wir haben zwei turrets dafür bekommen Für einen death Mh, worth Grapp ihn Ja man Er macht hauer Ich kann da nicht durchgraben durch ihre Spiders Auf Deswegen einfach mal stage spielen Florian Du willst immer direkt overextenden Also läuft Wie viele waren jetzt top Ja Zwei Ne Drei Ja Das war ein quiz Richtig 50 euro Okay, Leute Ich hab echt total Lustigen Speed Speed heißt in meiner Welt Nichtspruch Achso Wusst ich Wusst ich Wtf Die muss ja runter Alter Oh ja Fühle Minions Ey Wunderfass sie Der Christopher Burger Weg da weg da weg da weg da zett Okay, ne ist wieder Mitte Let's kill them Nein, das Problem war ja, dass ich da nicht hätte wegkommen können. Hätte ich gewollt. Moment. Du bist da voll die binderte Kurve gelaufen, Mann. Ich war betrunken. Ich war löscht angetrunken. Ja, das kennt man von dir ja nicht anders, ne? Ja, genau. Ja, täglich in der Zeitung hier. Oh. 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 Ich nehme einen Biss und begrüße dich an dieser App. Oh nein, Annie, geht er nicht durch? Ja, doch, sie ist durchgegangen, aber sie geht weiter. Das machen irgendwie alle. Ja, da achtet keiner drauf. Das sogar auch bei den Pros, ne? Also, ich sag immer, wie die Crowd ausrastet, wenn die jemand die Water übersieht. Also, meistens läuft man da lang und guckt dann irgendwo anders. Oder tappt raus und guckt sich Sachen an. Boah, hast du die Kuh gesehen? Ja. Alle fünf Manneken. Alle fünf Manneken. Auf jeden Fall auf einen Streich vielleicht. Wollen wir doch mal gucken, dass wir hier diesmal nicht gegankt werden. Indem wir hier ein bisschen auf die Minimap gucken. So. Fuck, Elise ist da. Alter, ich konnte nicht mal Ulti machen, ey. Ich kill die alle. Nice. Ah, jetzt hast du auch keine Lust drauf. Alter, der Stunt von der, ich hasse Annie, ne? Better Nerf Annie. Ne, Better Nerf. Sorry, thanks. Ja, eigentlich ist sie doch gar kein richtiger Support mehr. Naja. Im Late Game wird sie gedütet. Ich kann die gar nicht erst ihren Stunt machen, ey. Da ist sie schon tot. Na, egal. Wir pushen top. Mitte ist irgendwie nicht da. Keine Ahnung. Ah, da kommt er. Da kommt so viele Flavors. Tja. Wo sind sie jetzt? Das ist nicht wahr. Sie haben sich jetzt einfach verbrottet. Jung und total. Okay. Was macht Pantheon? Okay, er stirbt aber. Nice. Okay, er stirbt aber. Okay, er stirbt aber. Uuuups. Und das macht halt dann auch ein bisschen trash wie Steffert aus. Ja. Einfach um mal die Trolls hier zu machen. Oh, nice. Sie sind so out of position. Wir können pushen. Nice. Oh, genau einer bleibt bestehen. Ich bin Gangster for life. Wollen wir mal Z killen? Ja, ich will den Farmen. Kicker. Ah, der ist noch. Außen hin. Ah, da ist er. Hässlicher. Überragend. Das war echt ärgerlich, weil ich gerade keine Ehe hatte. So. Hmmm. Und ich bin fein. Na komm. Wir halten hier voll vom Porten auf. Okay, schade. Ich dachte, dass er ein bisschen weniger Damage tut. Und ich dachte, dass der Pantheon den Tower nimmt währenddessen. Ey, moooonn. 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 Da rostet der Christoph Gensch. Ja. Also, bei sowas da versteht er echt keinen Spaß. Nee. Oh, nee. Weil, ich mein, wir haben die Ecke drauf gehalten. Damit die Busch... Alter, wir waren eben mal 18, 12. Und jetzt sind wir 20, 21. Und woher liegt das? Ja, das frage ich mich auch. Ich würde sagen, wegen Full-AB. Ja, die haben wir halt auch noch. Nnnn, okay. Elise. Egal. GZ noch nicht. Es wird auch in der LCS gespielt. Also, man kann einfach sein. Nasus. Alles ist in der LCS gespielt. Annie. Nee, Annie hat bis jetzt nur Leben. Mal aus Prinzip Annie auf 10. Ich glaube, ich werde einfach Blitz pushen. Bis ich mein Last of Us kann. Das ist ein wichtiges Alternativ. Ja, das wär mal was. Ich hab ja nicht mal den höchsten Farmen. Wir erbärmlich. Mann. Fuck, ey. Was mach ich denn wieder? Geh weg. Oh. Da wollte ich gar nicht lang. Oh. Hallo. Na, hier sind die zu fünft. Jetzt kann man aber dreißen. Oh, da kommt Band. Oh, da kommt Band. Geht ein Teil still. Warum tank ich? Wow. Und ich weiß, die Tau-Ago macht gar keinen Sinn. Nicht ein. Komm. Geh. Fuck, ey. Ich hatte die Alternative Zeit. Du bist langsamer als ich. Also. Lol. Ah. Okay, wenn er pusht. Pushe ich auch. Ja. Das ist dein Alibi. Was? Das ist dein Alibi. Mein Alibi ist. Dass ich gut bin. Kann man doch so durchgehen lassen als Alibi. Warum fragst du? Weil ich gut bin. Weil du gut bist. So. Also. 38 nenne ich mich gut. Ja, so gut. Aber so viele Supports, wie ich das finde ich gut. Ich denke mal darüber nach. Analysiere dieser Situation. Ich glaube, dass, und jetzt kommt, du schlecht bist. Hm. Früchig, oder? Na, das ist eine kindische Aussage. Äh. Die gar kein... Zum einen nicht bewiesen werden kann. Und zum anderen doch auch wirkliche Fehler aufweist. Sag ich, morgen ist ich da vorne fünf Stunden. Ich bin von der ersten bis zur elften in der Schule. Also hab ich... Vielleicht hab ich auch nur vier. Boah, das wär wat. Irgendwann wird mir alles ausfallen. Bis auf die letzten beiden. Bis auf den letzten beiden. Also irgendwann... Bin ich da mal dran. Man, ey, wie... Behindert ist das, ey? Zweimal scheiß Cooldown gehabt. Ja, und die frisst alles. Hä? So... Wie, ey? Hä? 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 Ja, liebe. Ah, liebe! Alli. Relax. Just let go. So. Let's push. Hallo und herzlich willkommen von meinem neuen Let's push. Wir warten jetzt hier mal auf den SUV, um zu pushen. dies kann sich nur noch um stunde da ist er ja dieser push ist sehr wichtig für unser team steckt uns wieder das nötige selbstvertrauen um hier zu zeigen dass wir die besten und ich muss beim mikro mal wieder einstellen soll ich brauche jetzt hier mal ein paar informationen vom chat bitte ja wenn ich wenn ich habe kann mich dann kann er nicht also er kann mich aber dann ist nicht das zeichnen auf was sagt der chat denn dazu das reichen ja ja die kommentare und dann werden wir rückwirkend ja schlauer sein ich hätte gleich verkauft haben wir das auch so wenig dem ich den face check mit z mache das wäre auch was das wäre auch eine sehr gute idee das wäre jetzt eine gute idee wenn er nicht stirbt ok bitte check ja es will versteht das nicht mit dem nicht sterben ja das gilt natürlich für alle ja der hört eigentlich auf unsere pro also auf deine pro universell gemeint naja so weiter geht es hier das lustige pushen als support natürlich sehr beliebt auch bei den profis gerne durchgeführt natürlich der support der kann da sehr viel pressern weil er natürlich diese ability hat zum pushen natürlich ich bin nicht zufrieden mit dem cc der ist quasi dafür gemacht zum pushen ähm so was komm ich mir ja ich wollte ja so ja das ist natürlich kritisch hekarin das ist alles in der kontrolle ja annie wird natürlich jetzt schon nervig ein stück weit aber es hält sich noch in grenzen ja was war steht da war ich dann wollen wir mal immer schön hier die cs gönnen ich kaufe einfach mal benches im hoffen funktioniert wenn sie es kann sich auch gegen annie stannisch an das ist einfach universell eine brillante seite boah übelster pick hier vom oration pyamge oration oration so muss man das also aussprechen oration der fragt an wie das was gesprochen wird der berühmt ist ein lp hat seiner zeit und seine zeit ist lang vorbei lp auki der ist doch gerade jetzt im kommen eigentlich mit seinen paar milliarden abonnenten naja klar 2 freien ooooooh ooooh 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 scheißwacker haue ab ooooh 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 das ist jetzt ein wenig einreden hast du damage gemacht oder gar nicht ich glaube nicht mh jetzt kommt natiuillich hier die klasse lantern so dann wird jetzt oration pure md die lantern grabben ne der flankiert der oration alter flankiert wie Frank Reverie Das passt sogar voll Oh ja Er flankiert ja auch wenn er über den Flügel kommt Da war keine Laterne Ja ich wusste auch nicht dass du dich da einfach Caption bist Ich hatte einen guten Plan aber das funktioniert nicht nur mit schlechten Leuten zu Fuck war das schlecht gemacht von mir Boah Vorma Spaghetti Nein Ich wollte sie doch nur killen Ich hätte mal irgendwie Meine Randoins Benutzen sollen glaube ich Da wir jetzt nur Nasus bekommen haben Und Die beiden fast Geil Ezreal wird gleich in 40 Sekunden Einer Pro Ulti alles hier Rulen Sehe ich jetzt schon Boah das wird so heftig ey Wie denn so beide drauf gehen werden Warte kommt jetzt Kommt jetzt Ah 20 Sekunden ja Ah ich weiß nicht ob die sich da schon geportet haben Ich geh jetzt auf top Tu das tu das mein Lieber Ja Ne First of all We need a good Ezreal Das wäre was Weil der ist echt Ich Ich fahre jetzt einfach ein bisschen wieder Ja Tu das Ich 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 Nicht Ich Wer ist der gute Mann Gauk Genau Pusten wollen wir nicht Ne Ich mein hier der Bundes Der Bundespräsident Ja, aber wir wollen nicht Hallo Jetzt können wir was machen Was machen, Gachen? Ich würde abhauen Bei euch läufts Nee Oh Ich überlege gerade Platz Ich glaube, das Gewinnt mir so nicht Vage Behauptung, aber Stell dir einfach mal so auf Könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt Hm Pantheon, ich mach nen Schilligen Na gut, wir gehen Oh, wir machen Barren Oh, ich mach drüber Naja Ähm Ja, warte jetzt Oh, doch geil Oh Vielleicht erstmal rumgarde Sieh Damit Mir ist jetzt gleich auch endgültig Gebroat Das Eins, zwei, drei Team Bring doch nix auf dir Esfel Boah, ich hab gar keine Mana an, ob ich spielen darf Oh Hilfe Ist der Esfel da reingeschrieben? Ach komm Das war nicht optimal Nee, das war sehr suboptimal kann man sagen Ach der Ja Ja Der denkt ja Wir holen uns einfach mal Burn Hast du gesehen, dass das passieren wird, ne? Ja Ja Habe ich doch direkt gesagt Schon bevor er überhaupt da war Ne, aber Ich glaub die beenden jetzt He he, ich bin auch so müde, ey Geht ja gar nicht Ja Pantheon Ja Pantheon Mir wusste Bums von dem Sicker Nee Meines ihm anscheinend nicht klar Ja, wenigstens hat er uns in den Evita halten Danke Pantheon Unser Held Ach komm, warum beendet ihr denn ich? Mann, wir haben doch keine Chance Klar Ja Nein, haben wir jetzt diesmal wirklich nicht Oh, du bist so ein Hurensohn, Astrid Bastard Uy Guck mal, hat nicht mal ein CS bekommen, jo Nicht ein Verlappen, ey Astrid, ey Vier Versuch Süß Ja, und jetzt, ey Was sollen wir denn jetzt machen, ey Wir können auch eh nicht mehr tun Wir können auch eh nicht mehr tun Die Magen gibt es jetzt eigentlich auf der Rechte Ich lasse mich nicht Ich lasse mich nicht Ich lasse mich nicht Ja ich lasse mich nicht Oh, Mann So schon mal ganz Wie kannst du mich nehmen? Ja, ich lasse mich nicht Oh, Mann Was sollen wir denn so schwer? 앗 Ich lasse mich nicht Oh, Mann So, schon mal ganz Oh Mann Guck Jette Ich lasse mich nicht Das hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber ok. Ja, da war irgendwie kacke mit den ATV alle. Oh, sind die alle los? Ja, irgendwie hätten wir mal ein paar. Keine Ahnung. Ist da alles noch drin, ruhig. Ich glaube auch, dass alles noch drin ist und damit verabschieden wir uns von diesem... Äh, ich hab's gesagt, Full-Edge ist einfach unmöglich. Ja, hab ich auch gesagt, aber ist ja egal. Hm, nein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.